Wo geht's denn rein? Äh, ich geh hin! Hier rum! Das ist eine Wackelpartie hier! Das bringt ja auch einen Anzug hin, ja? Okay! Das ist auch ein Typ. You guys sehen? Ich bin jetzt ein Typ. Wunderbar! Das war's. Wir sind jetzt in Antwerpen. Das ist eine Scheiße, wer baut so kleine Dinger? Na? Schnecke? We are changing the car. Also, wenn man beim Autofahren schlafen ist, dann ist sie da gut. Guten Morgen. Es ist mittlerweile schon fast zwei. Ich bin gerade aufgewacht. Gestern waren wir beim Deichbrandfestival. Jetzt geht's weiter zu Tomorrowland und heute Abend nach Perukaville. Zwei sehr wichtige Gigs dieses Jahr. Und trotz wenig Schlaf freue ich mich schon drauf. Lыш. Üsch. Aus dem Valken. Boah! Das war's. Die waren richtig happy. Es waren auch richtig viele Deutschland- und Schweizer Flaggen. Jetzt gehts rüber zum Parukaville. Tomorrowland done. Es war richtig gut. Die Sonne kam raus. Perfekt. Und ja, weiter gehts. Du tanzt halt immer so stark, dass du dich sehr anstrengst. Das geht auch nicht anders. Wenn ich das anders mache, dann... Das ist kein Spaß. Wir müssen gerade umsteigen, weil auf dem Tomorrowland sind keine Privatshuttles erlaubt. Und jetzt mussten wir extra von da mit einem Shuttle hier zum Hotel und in unser Auto steigen, dass wir dann zum Parukaville können. Berlinerisch 5 Cent und 5 Pfennig ist ein Sechser. Nichts? Warum? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. 20 ist ein Pfund? Ein Pfund? Ja. So ein Pfund, Junge. Ich glaub ein anderes Pfund. Aber ja... Schnell raus hier. Ja, der wird gut, ne? Endlich zur Schaluda. Ja, der wird gut, ne? Endlich zur Schaluda. Cool. Aber das war erstmal schlimmer Weg. Ja, okay, cool. Ja, ist sie. Ja, ist sie. Ja, ist sie. Danke schön. Not Sharpen! Danke schön. Ja, ich würde die Br Pharise wahrscheinlich nicht freuen. Das sage ich nicht mal, ihr könnt. Ja, Become shading, ihr könnt anben wie Thanks. Nein, das stimmt. Vielen Dank. familyН Infine. Woooo. Sweet. No, wir können Surрыte es. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.